In der Zentralafrikanischen Republik haben Rebellen die Hauptstadt angegriffen und versucht, sie unter ihre Kontrolle zu bringen. Sicherheitskräfte hätten den Angriff großer bewaffneter Gruppen aber energisch zurückgeschlagen, teilte Ministerpräsident Firmin Grebada am Mittwoch auf Twitter mit. Er rief die Einwohner auf, ruhig zu bleiben. Auch dieser Sprecher der Armee sagte, dass die Situation wieder unter Kontrolle sei. In Bangui waren Explosionen zu hören, mehrere Hubschrauber flogen über der Stadt. Der Angriff stellt eine erhebliche Eskalation der Ende Dezember nach der umstrittenen Präsidentenwahl ausgebrochenen Kämpfe mit Rebellengruppen dar. Die Aufständischen, die vom 2013 abgesetzten Präsidenten François Bouzis unterstützt werden, haben in den vergangenen Wochen mehrere Städte in der Nähe von Bangui angegriffen. Die Hauptstadt hatten sie bislang aber nie wie geplant erreicht. Die Rebellen hatten gedroht, die Wahl am 27. Dezember zu stören und auf Bangui zu marschieren, nachdem Bouzis die Kandidatur vom höchsten Gericht untersagt worden war. Mit 53 Prozent der Stimmen wurde der seit 2016 amtierende Präsident Fonstant-Achamps-Toudera zum Wahlsieger erklärt. Die unterlegenen Kandidaten zweifeln das Ergebnis allerdings an. Sie werfen der Führung Wahlbetrug vor und argumentieren, nur etwa die Hälfte der 1,8 Millionen Wahlberechtigten habe sich wegen Rebellenangriffen registrieren lassen können. In dem an Gold- und Diamantenreichen Land kommt es immer wieder zu Gewalt, seitdem der damalige Präsident Bouzis im Zuge der Rebellion aus dem Amt vertrieben wurde. Tausende Menschen wurden in den Kämpfen getötet, mehr als eine Million Menschen wurden vertrieben. In dem Land leben rund 4,7 Millionen Einwohner.